Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Dann verlangen die klassische Versorgungspflege nicht mit dir. So ein paar dir. So ein paar dir. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Und damit kann man dann doch ganz gut was machen. Millionen von Menschen überwachen. Millionen, 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 Millionen von Menschen überwachen. Einfach knacken. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, Leute subtil zu mobben und sie dann entsprechend im Griff zu haben. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Einfach knacken. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Ganz gut was machen. Millionen von Menschen überwachen. Leute subtil zu mobben und sie dann entsprechend im Griff zu haben. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza. 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 Wir brauchen nichts verkaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts verkaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wir lösen was mit Problemen. Die Konten müssen passieren. Mit ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Dann die klassische Entsorgung zu geliefert. Bombardieren. Bombardieren. Auf welchen Linken Sie die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts verkaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts verkaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Wir haben schon ein Niveau, wo wir die Leute gerade so kurz halten, dass sie sozusagen noch überleben, aber nicht mehr genug Freiraum haben, um sozusagen drüber hinaus zu demonstrieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wir lösen was für Problemen, wie konnte es passieren. Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wir lösen was für Problemen, wie konnte es passieren. Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Ganz gezielter Werbung bombardieren. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Und bombardieren. Und bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Und bombardieren. Und bombardieren. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Was glaubt ihr eigentlich, wer euch alle finanziert? Mit ganz gezielter Werbung bombardieren. Explodieren. Explodieren. Und das ist nun beim Beziehung Euro in der Südkommission gefinanziert. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hält sich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Link sich die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Die Lösung war das Problem. Wie konnte das passieren? Mit ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassische Entsorgung. Wie geht es nicht funktionieren? Wombardieren. Wombardieren. Auf welchen Link sich die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hält sich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hält sich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Wie redet ihr in der Öffentlichkeit? Die Kieze und Facebook über eure Zürmer. Pizza-Paradies? Tom-Mama-Parat? Ja, ich sehe schon. Die Proschutto kostet bei Ihnen extra. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Was kann, wenn überhaupt nur Europa? USA, 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 USA. Europa, Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hält sich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt. Kaum einer ahnt, was alles über Ihnen gespeichert ist. Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wohin geht das eigentlich? Wohin, wohin, wohin geht das eigentlich? Sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt. Menschen belästigt. Das ist nach meiner Regel die Kombination von dem Staat, dem Beauftragten und dem Hausverlässchen. Wenn Sie das System bei Totalverlust eine Woche brauchen, bis Sie da am Start ist. Wohin geht das eigentlich? Wohin, wohin, wohin geht das eigentlich? Menschen belästigt. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Dingen Sie die Tochter runterladen? Einfach knallen. Einfach knallen. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wir lösen, weil wir uns mit Kollegen wie quantitiert Papier. Mit eben ganz gezielter Werbung zu grundatieren. Solange die klassischen Ersorgungswege nicht funktionieren. Grundatieren. Grundatieren. Auf welchen Dingen Sie die Tochter runterladen? Einfach knallen. Einfach knallen. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen. 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 Nicht reinfuschen. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen. Nicht reinfuschen. Nicht reinfuschen. Das Risiko. Oh. Das Risiko. Oh. Das Risiko. Das Risiko. Das Risiko. Das Risiko. Das Risiko. Oh. 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 Das Risiko. Ich muss es sehr kritisch. Ja. Ergebnis kritisch. Fehler. Ja. Man ist über das System der Training. Terroristenscoring. Der Chameleonweg 11 in 10629 Berlin. Terroristenscoring. 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 Jetzt ein 13-Jähriger. 2 Minuten. Wenn man Tröana erstellt. Sagen Sie Tröana erstellen. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Sagen Sie Tröana erstellen. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Oh. 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 Europa. USA. Pizza. 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 Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hält die Sicherheit maximal. Vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Dingen? Die Software runterladen. Einfach knacken. Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Wir haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Die Lösung war das Problem, sie konnte nicht passieren. Mit eben ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Ich würde sagen, die klassischen Entsorgungswege nicht zu funktionieren. Bombardieren. Bombardieren. Auf welchen Linken sich die Software runterladen. Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza. 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 Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätten Sie die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. 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 Dann hätten Sie die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. 甚至iniz. bricks.